Servus meine Freunde, Dennis hier am Start. Heute gibt es ein ausführliches Review zu dem NAS-System von Synology, das Modell DS216 Play. Und in diesem Video werde ich auf viele Funktionen eingehen, mit euch zusammen die Installation durchführen und wem das Video einfach zu lang ist, ich habe auch ein kurzes knackiges Review dazu gemacht. Einen Link findet ihr dementsprechend in der Videobeschreibung bzw. da oben in der Infobox. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in diesem Video. Das Video hier werde ich auf jeden Fall in Kapitel unterteilen und dementsprechende Links packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr dann für euch die interessanten Themen einfach so raussuchen. Ich werde natürlich alles mögliche testen und so weiter. Und das wird wahrscheinlich schon ein etwas längeres Video und deswegen diese Kapitel dann in der Videobeschreibung. Und zuallererst würde ich sagen, befreien wir die NAS von der Verpackung. So sieht das Ganze hier aus. Wirklich sehr schlicht gehalten. Das Ganze hier oben stehen noch ein paar spezifische Daten und so weiter, ein paar Features und so weiter. Ansonsten ist hier eigentlich recht wenig zu erkennen. Und ich würde sagen, wir machen das Paket einfach gleich auf hier. So. Dann holen wir einmal die NAS hier raus. Die ist wirklich sehr, sehr leicht. Hier hinten befindet sich einmal das ganze Zubehör. Wir haben hier einmal das Stromkabel bzw. den Netzadapter. So schaut der aus. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier einmal ein Kaltgerätestecker, Kaltgerätekabel. Dann haben wir hier ein Netzwerkkabel J45. Und dann war es das auch schon. Beziehungsweise hier haben wir auch noch mal ein paar Schrauben für die Montage von den Festplatten und so weiter. Das werden wir dann auch noch mal sehen. Und das war es eigentlich vom gesamten Packungsinhalt. Sehr schön. Schauen wir uns einmal ganz kurz die NAS an. Die NAS wird in so einer Schaumstoffhülle geliefert. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und ja, die NAS, die ich hier vorbeliegend habe, die ist auf jeden Fall gebraucht. Also nicht wundern über die ganzen Gebrauchsspuren und so weiter. Und ja, die NAS, das Gehäuse besteht ja komplett aus Plastik, sieht aber sehr sauber verarbeitet aus. Und jeweils auf den Seiten haben wir einmal den Schriftzug von Synology und hier auf der anderen Seite genauso, die gleichzeitig auch als Lüftungsschlitze dienen, zur Kühlung und so weiter. Und hier auf der Unterseite befinden sich ja auch noch mal ein paar Lüftungsschlitze, ein paar gummierte Füße und so weiter. Und hier auf der Vorderseite haben wir ein paar LEDs. Einmal eine Status-LED, eine LAN-LED und für die Festplatten jeweils. Und hier unten befindet sich einmal der Power-Knopf. Schauen wir uns einmal ganz kurz die Rückseite an. Hier hinten befindet sich einmal ein 80 mm Lüfter für die Kühlung, ein Ethernet-Anschluss, ein Gigabit. Dann haben wir hier zwei USB-Anschlüsse, ein USB 2.0 und ein USB 3.0. Daneben befindet sich hier einmal ein Reset-Knöpfchen, den man mit einem Spitzengegenstand betätigen kann. Hier unten befindet sich einmal der Stromanschluss und hier noch ein Kensington-Schloss. So viel zu diesem Gehäuse hier. Es sieht auf jeden Fall schon mal ordentlich verarbeitet aus. Also die Spaltmaße, die sind okay. Das Ganze besteht ja aus Plastik. Ja, und ich würde sagen, wir bauen auch gleich die Festplatten ein. Ich denke mal, dass der Festplatten-Einbau auch recht easy ist. Und ja, so wie ich das jetzt hier gesehen habe, müssen wir das Ganze wahrscheinlich hier einfach bloß vorschieben. Mal gucken. So, dann geht das Ganze hier auch schon auf. Und man sieht auch hier schon den Festplatten-Käfig. Und hier befinden sich auch ein paar Gummi-Abstandhalter und so weiter für die Entkopplung und so weiter. Daumen hoch auf jeden Fall. Und mal gucken. Vielleicht, ja, wahrscheinlich müsste ich dann die andere Seite mir mal anschauen. Aber ich glaube, bei dieser ist es nicht möglich, den Rahmen zu erweitern und so weiter. Und ja, schauen wir einfach mal, wie wir das Ganze jetzt hier befestigen. Wahrscheinlich einfach hier die Festplatte rein. Tür. Tür. Dann müssen wir da jeweils die Schrauben reindrehen. Das machen wir doch jetzt hier einfach mal glatt. Ja, ihr habt es gesehen, die Installation war wirklich sehr einfach. Festplatte rein, Schrauben rein und das war's. Und ich habe jetzt nur mal eine Festplatte reingebaut. Auf der zweiten Festplatte sind noch ein paar Daten, die kopiere ich gerade hier im Hintergrund mal runter. Die werde ich dann auch gleich nochmal einbauen für verschiedene Rates und so weiter. Ähm, ich werde das Ganze auch mit einer SSD mal testen für die maximale Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, ja, soviel erstmal zu der Festplatteninstallation. Dann schiebt ihr das Ganze einfach nur noch zu, einschalten und los geht's. So, meine Freunde, willkommen auf meinem Desktop. Wir richten jetzt gemeinsam die neue Diskstation ein. Die hängt jetzt schon bereits am Netz, ist am Netzwerk und so weiter. Und beim Aufruf der URL find.synology.com müsste er eigentlich die Diskstation automatisch finden. Ich habe bereits schon die Diskstation einmal konfiguriert gehabt, da hat er sie nicht gefunden gehabt. In dem Fall könnt ihr in der Regel auf dem Router nachschauen, welche Geräte haben sich überhaupt in deinem Netzwerk registriert. Ich habe jetzt hier in meinem Fall eine Fritzbox und dort habt ihr dann die Möglichkeit unter Heimnetzübersicht, Netzwerkverbindungen. Da gehen wir jetzt hier einmal rein. Heimnetzübersicht, Netzwerkverbindungen. Dort seht ihr gerade momentan alle aktiven Netzwerkgeräte, Netzverbindungen. Das dauert jetzt hier ein Weilchen und bei mir hat sich die Diskstation mit dem Namen Diskstation auch gemeldet. Bei mir hat sich die Diskstation mit der IP-Adresse am Ende 220 registriert. Am LAN-Port 3 hängt die NAS mit 1 Gigabit-Anbindung. Und wenn ihr jetzt hier auf den Link drauf klickt, werdet ihr automatisch weitergeleitet auf die HTTPS-Seite des NAS-Systems. Das geht ein Weilchen und dann dürfte jetzt hier auch gleich dieses Willkommens-Dialog erscheinen. So, jetzt sagen wir hier einmal einrichten. Und hier können wir jetzt einmal die neueste DSM installieren, beziehungsweise auch eine manuelle Installation vornehmen. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Dort könnte dann die DSM, also das Betriebssystem manuell, dann hier auswählen und so weiter. Aber ich sage jetzt hier einfach mal, installieren Sie die neueste Version und sage jetzt hier, jetzt installieren. Sämtliche Daten auf Festplatte 1 und 2 werden während der Installation entfernt. Okay, das heißt, wenn ihr jetzt noch Daten drauf habt, unbedingt vorunter kopieren, wenn ihr die noch braucht, weil danach sind die Daten einfach weg. Bestätige das Ganze jetzt hier mit Okay, dann dauert das jetzt hier ein bisschen die Initialisierung. Hier sagt er jetzt 10 Minuten. Vorhin hat es ungefähr 4 oder 5 Minuten gedauert. Wahrscheinlich kommt das Ganze darauf an, wie groß eure Festplatten sind. Bei mir sind es ja jeweils 500 GB und jetzt wird hier die Systempartition formatiert und jetzt lädt er wahrscheinlich das Betriebssystem in den Hintergrund runter. Nach der Installation startet die Diskstation automatisch einmal neu. Wenn ihr die Diskstation das erste Mal einschaltet, blinkt die Status LED orange. Nach der Installation sollte die LED dann umschwenken auf ein dauerhaftes Grün und einmal piepsen. Nach jedem Start piepst einmal die NAS. Als nächstes werden wir aufgefordert, ein Administrator-Konto zu erstellen. Und hier unter dem Punkt Servername definieren wir einmal, wie die NAS dann heißen soll. Und mit diesem Namen ist dann die NAS auch im Netzwerk sichtbar. Ich nenne das Ganze jetzt hier einfach mal MimasNAS. Und wenn ich dann später im Windows einfach sage Backslash Backslash MimasNAS, sollte das dann auch aufgerufen werden. Als nächstes legen wir den Benutzernamen fest. Da tippe ich jetzt hier einfach auch Mimas ein. Und das Passwort sollte dementsprechend komplex sein. Weil mit diesem Konto könnt ihr natürlich alles machen. Volle Administrationsrechte auf der NAS. Dementsprechend solltet ihr auch das Passwort auswählen. Hier habt ihr jetzt noch die Option, euer Netzwerkstandort Synology mitzuteilen. Ich werde das jetzt hier mal aushaken. Somit ist es dann auch möglich, also wenn jetzt hier der Haken drin ist, ist es halt möglich, wenn ihr dann die URL hier aufruft, findSynology.com. Dann sollte er euren NAS dann auch finden, weil es im Hintergrund passiert im Endeffekt eins. Euer NAS meldet sich bei Synology und überträgt die IP-Adresse. Okay, dann klicken wir hier auf Weiter. Mit Weiter stimmen wir den Endbenutzer-Lizenzvertrag zu. Speicherplatz wird vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch. Und das war es jetzt erstmal mit der Erstkonfiguration. Ich klicke jetzt hier mal auf Weiter, beziehungsweise, ah, hier geht es noch weiter, Entschuldigung. Aktualisierung und Wartung von HSM. Hier können wir einmal festlegen, ob die automatisch aktualisiert werden soll, das Betriebssystem, beziehungsweise dann auch an welchen Tagen. Ich richte das jetzt mal so ein, dass er automatisch das im Hintergrund machen soll. Und zwar eigentlich nur von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und zwar um 4 Uhr nachts. Da bin ich hoffentlich auch im Bettchen, beziehungsweise ich stelle jetzt hier mal das Ganze auf 5 Uhr. So, wichtige Aktualisierung von DSM automatisch installieren lassen. Also komplett automatisch. Und ja, hier kann man dann auch nochmal die Option auswählen, dass zwar die Aktualisierung herunterladen soll, aber die Installation soll dann manuell durchgeführt werden. Smart Test finde ich sehr wichtig und muss auch angehakt werden. Dort werden dann halt so Werte hinterlegt auf der Festplatte. Wie oft ist jetzt zum Beispiel der Kopf an die Anfangsposition gesprungen und so weiter. Und da kann man dann rauslesen, eventuell wann die Festplatte den Geist aufgibt. Lasse ich auf jeden Fall drin und sage jetzt hier einfach mal weiter. Als nächstes haben wir hier die Möglichkeit QuickConnect einzurichten. Und mit QuickConnect könnt ihr eure NAS extern, sei es im Geschäft, im Internetcafé, leichter erreichen, ohne dass ihr jetzt hier großartig euer Netzwerk einstellen müsst, beziehungsweise eure Firewall, eine Portweiterleitung einrichten müsst. Und indem ihr hier einfach ein neues Konto erstellt oder halt mit einem bestehenden Synology-Konto das Ganze hier verknüpft. Und wer das Ganze nicht haben mag, kann auch diesen Schritt überspringen. Ich habe bereits schon ein Synology-Konto. Ich werde dennoch ein neues Konto anlegen. Dementsprechend sollte natürlich komplex das Passwort sein. Und hier könnt ihr jetzt nochmal die QuickConnect-ID hinterlegen. Ich sage jetzt hier einfach mal Mimas NAS. Weiter. Und hier seht ihr jetzt eure QuickConnect-URL. Das Ganze können wir hier mit diesem Icon per Drag & Drop auf das Desktop ziehen. Oder halt sogar in den Favoriten abspeichern. Im nächsten Schritt bekommt ihr hier ein paar empfohlene Pakete angezeigt, die ihr dann auch gleichzeitig installieren könnt. Fotostation, Videostation etc. Ihr seht das ja hier. Oder ihr könnt sogar diesen Schritt überspringen. Ich installiere allerdings die Apps gleich mit und klicke hier einfach auf Installieren. Durch das Bestätigen der Installation stimmen sie die Nutzungsbedingungen hinzu. Einmal einen Haken setzen. Das Ganze mit OK bestätigen. Und dann dauert das ein Weilchen. Die Pakete wurden erfolgreich installiert. Alles ist bereit. Das ist eine kurze Anleitung und so weiter. Und den Haken nehme ich jetzt hier raus. Die sollen hier keine Daten von mir, selbst wenn sie anonym sind, bekommen. Das möchte ich im Endeffekt nicht. Sage jetzt hier los. Der Konfigurationsassistent ist jetzt auch schon soweit durch. Und so sieht jetzt die Hauptweboberfläche aus von dieser NAS Diskstation. Und wir bekommen hier zuallererst hier diese Hilfe angezeigt. Ich bestätige das Ganze hier einfach mit OK und schließe das Ganze hier mal. Hier auf der rechten Seite befindet sich einmal der Widget-Bereich. Und zwei Widgets sind bereits schon aktiv. Einmal Systemstatus. Hier seht ihr halt den Status eurer NAS. Und einmal hier den Ressourcenmanager bzw. Ressourcenmonitor. Hier seht ihr dann einmal, wie stark es gerade eure CPU belastet. Wie voll ist der RAM? Was geht hier im Netzwerk? Ihr könnt hier auch mehrere Widgets noch hinzufügen, wie zum Beispiel Speicher. Da muss ich das Ganze hier einmal vergrößern. Dann seht ihr hier auch ganz genau, was bzw. wie voll sind eure Volumes. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit Verbundene Benutzer, geplanter Aufgaben usw. Dann haben wir hier einmal eine Leiste hier oben. Hier befindet sich einmal das Hauptmenü. Dort findet ihr einmal die ganzen Apps, die installiert sind. Die könnt ihr dann auch per Drag & Drop auf den Desktop hier ziehen, sage ich jetzt mal. Hier oben auf der rechten Seite findet ihr einmal das Benachrichtigungscenter. Hier seht ihr einmal, was wurde jetzt zuletzt installiert. Welche Aktionen, welche Benachrichtigungen usw. Dann haben wir hier die Möglichkeit, benutzerspezifische Einstellungen vorzunehmen bzw. Aktionen hier durchzuführen, wie zum Beispiel die NAS einmal neu durchzustarten, herunterzufahren oder uns Informationen anzeigen zu lassen. Und hier unter Persönlich können wir zum Beispiel das Passwort ändern, Quote einrichten, Desktop, wie zum Beispiel also hier Vollbildschirm, Vollbild, Desktop-Icon, Größe usw. Benutzerspezifische Einstellungen halt. Hier können wir auch die E-Mail-Adresse einmal hinterlegen. Und ja, hier haben wir einmal das Suche-Symbol. Da können wir dann die NAS einmal nach bestimmten Sachen durchsuchen lassen. Und hier einmal Widgets können wir hier ein- und ausblenden lassen. Ich lasse das auf jeden Fall aktiv. Die Informationen sind auf jeden Fall sinnvoll. Und hier auf der rechten Seite haben wir wie bei einem Desktop ein paar Icons, mit der wir dann in die jeweiligen Einstellungen, Paketzentrum oder sonst was reingehen können. Hier oben befindet sich einmal das Hauptmenü. Da können wir hier dann die Icons auf das Desktop hier schieben. So viel dazu. Hier oben links befindet sich das Paketzentrum. Da werfen wir einmal ganz kurz einen Blick rein. Dort seht ihr dann zum Beispiel, welche Apps sind gerade installiert. Und könnt ihr hier auch verschiedene Aktionen durchführen. Ob dieser Status, also ob diese Anwendung dann auch läuft. Dann können wir hier auch Aktualisierungen einsehen und durchführen. Und hier zum Beispiel empfohlene Apps und so weiter und so fort. Das Ganze beschließen wir. Und jetzt schauen wir uns einmal ganz kurz die Systemsteuerungen an. Einmal die Grundkonfiguration. Und wenn ihr das Ganze das erste Mal startet, seht ihr hier das Ganze in einer Benutzer- oder Basisansicht, sage ich jetzt mal. Wir gehen jetzt hier in den erweiterten Modus. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten. Die wichtigen Einstellungsmöglichkeiten sind eigentlich im Endeffekt Netzwerk. Da könnt ihr dann halt zum Beispiel eine statische IP-Adresse hinterlegen, DNS konfigurieren, ein Proxy hinzufügen und so weiter. Hier seht ihr jetzt auch die ganzen Netzwerkschnittstellen. LAN ist bei mir jetzt hier verbunden. Hier seht ihr jetzt die IP-Adresse. Full-Dopplex, 1000 Mbit und so weiter. So muss es sein. Wir gehen jetzt hier nochmal einmal zurück. Dann haben wir hier noch ein paar weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Benutzer anzulegen, Gruppen, mit der wir dann zum Beispiel Berechtigungen definieren können, externer Zugriff, Quick-Connect und so weiter und so fort. Sicherheit, wie zum Beispiel ein Vion-Scanner bzw. ob die NAS noch compliant ist und so weiter. Ja, ein paar Aufgaben können wir hier definieren. Also wir haben hier auf jeden Fall sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und ich denke, ich werde das ein oder andere Video noch dazu machen, wo ich einfach mal, wo ich dann einfach genauer auf die Option dann eingehe. Interessant ist für mich allerdings so auch ein bisschen Domain-LDAP, weil das ist ja eigentlich so mein Fachgebiet. Da gucke ich mich auch nochmal ein bisschen um. Was vielleicht noch für den einen oder anderen interessant sein könnte für die Grundkonfiguration, sind die regionalen Optionen. Dort können wir einmal die ganzen Zeiteinstellungen vornehmen, Spracheinstellungen und so weiter. Und hier ist die Zeitzone Amsterdam Berlin ausgewählt. Das ist auch richtig soweit. Wir können auch die Zeit manuell hier einstellen oder uns sogar die Zeit mit einem Zeitserver synchronisieren lassen, mit einem NTP-Server. Standardmäßig ist hier time.google.com eingerichtet. Wir können hier auch einen Benutzerdefinierten hier eintragen oder halt hier einen Vordefinierten auswählen und sagen, jetzt aktualisieren. Unter dem Punkt Sprache können wir hier noch ein paar Sprachoptionen hier definieren, wie zum Beispiel die Anzeigesprache. Da soll er einfach die Standardeinstellung vom Browser nehmen, Benachrichtigungssprache und Code-Page. Das ist halt für die Umlaute und so weiter wichtig oder die ganzen Hieroglyphen und so weiter und so fort. Dann können wir hier noch NTP-Dienst aktivieren. Das heißt, die NAS kann dann selber auch ein Zeitserver sein. Das lasse ich aber so, weil ich brauche es im Endeffekt nicht. Ist eventuell wichtig für Synology, High Available und so weiter. Als nächstes möchte ich euch gerne zeigen, was der Konfigurationsassistent mit euren Festplatten gemacht hat. Dazu wechseln wir hier einmal in das Hauptmenü und wählen hier Speichermanager aus. Als erstes bekommen wir hier eine Übersicht der Festplatten. Alles ist in Ordnung, sehr schön. Und hier auf der linken Seite sehen wir die ganzen Menüpunkte. Unter Volumes sehen wir, er hat jetzt hier ein Volume eingerichtet mit dem Rate-Modus Synology Hybrid Rate. Es ist ähnlich wie Rate 1. Von der Logik her funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Vielleicht werde ich dazu nochmal ein anderes Video machen. Hier unten seht ihr einmal die beteiligten Festplatten und auch den Status der Festplatten. Zudem seht ihr jetzt hier, welches Dateisystem hier verwendet worden ist, wie die Kapazität ist, wie viel benutzt und wie viel verfügbar ist und so weiter. Da können wir hier auch unter Bearbeiten nochmal ein paar Einstellungen vornehmen. Einmal die Beschreibung, sonst eigentlich nichts. Das Ganze hat er automatisch erstellt. Dementsprechend ist das Ganze hier natürlich vorkonfiguriert. Ihr könnt es natürlich hier auch löschen, manuell einrichten und so weiter. Unter Diskgruppen sehen wir dann die ganzen Gruppen der Festplatten und so weiter. Bei der Schnellkonfiguration erstellt er im Endeffekt nur eine Diskgruppe und deswegen bekommen wir hier auch nichts angezeigt. Wir haben hier allerdings die Möglichkeit, die Volumes zu entfernen, eigene Diskgruppen zu erstellen. Eine Diskgruppe kann dann zum Beispiel sein, dass wir hier eine Kapazität festlegen von 200 GB. Und auf dieser Diskgruppe können wir dann verschiedene Volumes einrichten. Bei der Diskgruppe müssen wir uns dann schon festlegen, welchen Rate-Modus wir dann haben möchten. Das zeige ich euch dann später auch nochmal. Hier unter HDD, SDD können wir nochmal den Status uns einsehen lassen. Einen Integrations-Check können wir durchführen. Protokolle, Testplaner. Hier sehen wir dann auch die Smart-Tests, die er automatisch eingerichtet hat, zu welcher Uhrzeit es als nächstes ausgeführt wird. Und hier unter Allgemein können wir einmal den Schreibcache aktivieren. Und hier auch nochmal zum Beispiel Warnungen zu fehlerhaften Sektoren aktivieren. Das mache ich jetzt hier einfach mal, weil ich möchte wissen, wenn ein fehlerhafter Sektor da ist. Deswegen aktiviere ich das Ganze. Auch die Lebensdauer-Warnung können wir hier uns aktivieren lassen. Dann gibt es hier noch die Punkte Ice-Gasi-Loon, Ice-Gasi-Target. Hier könnt ihr dann ein Loon anlegen und auch Ziele anlegen. Das wird eigentlich in der Regel genutzt bei Virtualisierungen und so weiter. Wenn ihr zum Beispiel ein System habt, Hyper-V, VMware, da könnt ihr dann auch zusätzliche Ice-Gasi-Volumes, in Anführungsstrichen, euch einbinden lassen. Und diese Volumes verhalten sich dann in der virtuellen Instanz wie normale Festplatten. Soviel erstmal zum Speichermanager. Wir schließen das Ganze. Als nächstes möchte ich euch gern einmal die Ordnerstruktur zeigen, die der Konfigurationsassistent automatisch angelegt hat. Dazu wechseln wir hier in die Applikation FileStation. Auf der linken Seite sehen wir einmal die Ordnerstruktur. Auf der rechten Seite dementsprechend den Ordnerinhalt. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, ein paar Einstellungen für die FileStation-App vorzunehmen. Ihr seht auf jeden Fall sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Da gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, ein paar Aktionen auszuführen. Hier auf der linken Seite sehen wir einmal Home. Diesen Ordner hat er erstellt für die Applikation CloudStation. Dann gibt es hier noch einen Ordner Homes. Dort befinden sich die ganzen Benutzer-Ordner Mimas und Admin. Standardmäßig gibt es noch einen Benutzer, der nennt sich wirklich Admin, ist allerdings auch nur deaktiviert. Mimas ist ja gerade unser aktueller Benutzer. Und dann haben wir hier noch die ganzen Medien-Ordner Musik, Fotos, Videos. Wer das Ding, wer die NAS einfach nur nutzen will, der lässt die Ordnerstruktur so wie sie ist, kopiert das Zeug dementsprechend rein und das Ganze wird dann auch funktionieren. Dementsprechend hier zum Beispiel FileStation greift dann auf dem Ordner File bzw. Video zu. Ja, meine Freunde, soviel erstmal zur Web-Oberfläche, zur Konfiguration. Ich kann leider nicht in diesem Video auf alles eingehen. Das würde wahrscheinlich den Rahmen des Videos auf jeden Fall sprengen. Aber ich denke, ich werde das ein oder andere Video noch erstellen, wo ich nochmal näher auf die Funktion eingehe, die Einstellung nochmal zeige usw. Aber ja, soviel erstmal dazu. Was ich euch gerne noch einmal ganz kurz zeigen möchte, ist das Paketzentrum. Ich finde das auf jeden Fall genial, dass wir uns hier nochmal verschiedene Pakete, Apps nachträglich installieren lassen können. Für mich ist jetzt zum Beispiel auch der Punkt Entwickler Tools interessant. Hier kann ich zum Beispiel Java installieren, Python usw. Da kann ich nochmal schön entwickeln. Aber dass wir hier auch zum Beispiel einen Mail-Server uns installieren lassen können, einen Git-Server auch für IP-Kameras usw. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich werde dann auch jetzt hier einiges testen und euch dann auch berichten. Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Virenscanner, ihr seht es hier. Es ist auf jeden Fall genial. Unternehmen, hier können wir auch nochmal verschiedene Cloud-Dienste, Cloud-Applikationen uns installieren lassen. Multimedia, genau das Gleiche. Auch Plex ist ein bekannter Media-Server, den ich ja eigentlich schon mag. Den werde ich dann auch nochmal installieren. DVB-Link. Ja, da könnt ihr dann zum Beispiel das TV-Signal mit einem Dongle auf die Nasten bringen usw. Mal gucken, ob ich das auch nochmal teste. Ja, soviel dazu erstmal. So, nun testen wir mal die Ausfallsicherheit. Der Konfigurationsassistent hat ja automatisch beide Festplatten zu einem RAID-Verbund zusammengefügt. Und zwar zu einem SHR-RAID, Synology Hybrid RAID. Ist ähnlich wie RAID 1. Das heißt, wenn jetzt eine Festplatte ausfällt, dann sollten noch die Daten erhalten bleiben usw. Wir testen es jetzt einfach aus, indem ich jetzt hier einfach eine Festplatte hier ausbaue. Okay, die NAS piepst jetzt. Und die Status-LED, die fängt hier tatsächlich an zu blinken. So, okay, dann schauen wir uns das mal am Rechner an. So schaut es jetzt hier auf der NAS aus. Wir haben ja einmal ein Fenster, wo hier steht, Volume fehlerhaft oder abgestürzt. Hier im Widget sehen wir das Ganze hier auch nochmal. Und hier im zweiten Fenster sagt ihr auch nochmal, Achtung, fehlerhaft, Volume 1. Da sehen wir dann, welches Volume dann betroffen ist. Und ich würde sagen, ich lösche jetzt einfach mal die Festplatte und schiebe sie dann auch gleich wieder rein, weil das Gepiepe geht mir schon ordentlich auf den Sack. Aber ist auch gut. Also ihr müsst natürlich wissen, wenn ihr da jetzt halt wichtige Daten drauf habt, dass die Platte dann natürlich dann defekt ist. So, ich sage jetzt hier einfach mal Select Disc 7. Und ich sage jetzt hier einfach mal Clean. So, die Platte ist wieder sauber. Und die schiebe ich jetzt einfach mal so wieder rein. Und dann gucken wir mal, ob er automatisch auch ein Rebuild wieder macht. Ein Rebuild hat er jetzt nicht automatisch begonnen. Wir können aber über den Speichermanager unter Volume das Volume, was jetzt fehlerhaft ist, verwalten und hier sagen Reparieren oder halt andere Optionen ausführen. Ich kann jetzt hier nur die Option Reparieren ausführen. Und da wähle ich dann hier den Datenträger 1 aus. Das ist auch richtig, weil Datenträger 2 ist diesem Volume schon zugewiesen. Und ich will jetzt wieder, dass Datenträger 1 diesem Verbund dazugehört, sage ich jetzt mal. So, alle Daten werden dann gelöscht. Also von der Disk 1 und nicht von der Disk 2. Beziehungsweise wir gucken jetzt mal, ob die Ordnerstruktur noch erreichbar ist für uns. Und zwar hier unter Video. Jawohl, mein Ordner ist noch da. Und ich erstelle jetzt hier einfach mal eine Textdatei und sage jetzt hier einfach mal und speichere das Ganze hier einfach mal so. Und ich sage jetzt hier bei dem Rebuild OK und sage hier übernehmen. Ja, das Piepsen hat Gott sei Dank aufgehört. Und der Status vom Volume hat sich hier auch geändert. Wird repariert, prüfe Konsistenz der Parität. Und das Ganze kann jetzt im Weichen dauern, je nach Kapazität der Festplatte und so weiter. Ja, Freunde, der Rebuild ist abgeschlossen. Hier auf der rechten Seite sehen wir, dass alles gut ist, das Volume wieder auf normal ist und so weiter. Und hier sind meine Ordner. Die Testdatei ist auch noch da. Der Inhalt ist auch noch korrekt. Und von dem her hat er das sauber durchgeführt. So, meine Freunde, nun prüfen wir ein wichtiges Kriterium und zwar die Performance. Eine NAS muss meiner Meinung nach sehr schnell sein. Es gibt nichts Ätzenderes wie eine langsame NAS, wo nur 10, 20 MB pro Sekunde über das Netzwerk geht und so weiter. Ich hatte mal eine von Buffalo, die war wirklich sehr langsam und das hat mich wirklich sehr genervt. Und das hat mich auch immer so ein bisschen abgehalten vom Kauf einer NAS und so weiter. Aber jetzt hier bei dieser Synology, ich bin durchaus zufrieden. Hier seht ihr jetzt mal das Volume, welches ich gerade hier verwende auf der NAS. Und zwar ist es ein gespiegeltes Volume, Synology Hybrid Rate. Wir werden auch nochmal Rate 1 und Rate 0 probieren von der Performance her. Und hier seht ihr jetzt auch die beteiligten Festplatten. Ich habe hier zweimal 500 GB Festplatten eingebaut. Das sind Server-Festplatten mit einer Umdrehung von 7200 und mit 32 MB Cache. Wenn wir uns hier einmal die Einstellung uns anschauen bei den Festplatten. Und zwar hier unter Allgemeinen sehen wir auch schon, der Schreibcache ist aktiviert. Und wir kopieren jetzt einfach mal ein Image von meinem Raspberry Pi, welches 30 GB groß ist, auf die NAS. Und hier seht ihr auch schon 60, 70 MB, müsst ihr gleich auch nochmal hochgehen, pro Sekunde. Und ihr braucht jetzt für die 30 GB circa 8, 7 Minuten. Hier seht ihr jetzt einmal die Performance im Rate 1 Modus. Und teilweise ist er sogar langsamer, teilweise sogar schneller als im Synology Hybrid Rate. Also die Logik dahinter ist eine andere. Aber ihr seht, die Performance geht auf jeden Fall in Ordnung. Und von der Zeit her ist es ungefähr identisch wie auch im Synology Hybrid Rate. 7 bis 8 Minuten und so weiter und so fort. Und ja, jetzt testen wir das Ganze in JBOD Rate Verbund. Und bei diesem Verbund werden die Festplatten aneinander gehängt. Und somit kommen dann die 907 GB zustande. Und ja, kopieren wir einfach mal was drauf. Mal schauen. Und hier pendelt er sich zwischen 70 und 80 MB pro Sekunde ein. Und das geht auf jeden Fall in Ordnung. Und jetzt ist es halt so, dass er die Daten zuallererst auf die erste Festplatte schreibt. Und sobald die 500 GB erreicht sind, schreibt er dann weiter auf die zweite Festplatte. Bei RAID 0 habe ich zwar dieselbe Kapazität wie bei JBOD. Allerdings werden hier die Daten gleichmäßig auf beide Festplatten verteilt. Das heißt 15 GB auf der ersten Festplatte, 15 GB auf der zweiten Festplatte. Und dementsprechend ist er auch einen Ticken schneller, weil halt auf beiden Festplatten geschrieben werden kann. Und hier ist jetzt wahrscheinlich der Flaschenhals eher das Netzwerk. Und ihr seht hier auch schon 80, 90 MB pro Sekunde. Allerdings, wenn jetzt hier eine Festplatte ausfällt, sind die Daten weg. Genauso wie auch bei JBOD. So, die SSD ist installiert. Eine 240 GB SSD. Momentan sind bloß noch 185 GB verfügbar. Ich bin schon fleißig am Hin und Her kopieren. Und laut Hersteller soll die SSD bis zu 470 MB pro Sekunde schreiben können. Und bis zu 510 MB lesen pro Sekunde. Und am Rechner habe ich das Ganze getestet. Und ich kam so auf 410, 420 MB pro Sekunde. Sogar ein bisschen schneller als die Samsung Evo und so weiter. Jetzt habe ich die in die Diskstation installiert. Und ihr seht hier auch schon, der kopiert ja hier schon fleißig. Und wir bewegen uns in dem Bereich 70 MB, 80, 90 MB. Jetzt ist er einmal kurz runtergesackt und so weiter. Das ist aber völlig normal. Jetzt ist es halt so, dass der Flaschenhals nicht die SSD ist oder der SATA-Controller, sondern jetzt in dem Fall das Netzwerk. Mehr geht hier einfach nicht. Also irgendwas scheint jetzt hier auch in meinem Netzwerk zu laufen. Aber maximal komme ich so halt auf die 90 MB pro Sekunde. Und das ist auch schon verdammt schnell. Zudem die SSD sowieso sehr leise ist und ja, auch nicht so heiß werden kann. Ja, allerdings ist die auch schweineteuer. Als nächstes schauen wir uns die Media-Server-Funktion von der Diskstation an. Dazu wechseln wir zuallererst in das Paketzentrum und prüfen erstmal, ob der Media-Server installiert ist. Den Media-Server finden wir hier unter Multimedia. Bei mir ist er bereits schon installiert und kann von hier aus direkt auf Öffnen klicken. Und ich komme dann auch hier schon in die Einstellungen rein. Als allererstes können wir hier die DMA-Menü-Sprache hier auswählen. Bei mir habe ich das jetzt hier auf Deutsch eingestellt. Das ist dann die Sprache, die an eurem DLNA-Client, also sprich Fernseher, Stereoanlagen, dann auch angezeigt wird. Bei mir ist es jetzt die Sprache Deutsch. Den Stil können wir hier noch ändern, wenn wir wollen. Ich lasse das hier auf einfacher Stil und hier nochmal die SSDP-Meldeintervall können wir hier nochmal einstellen. Die steht standardmäßig auf 920 Sekunden. Da braucht man in der Regel nichts einstellen. Aber sollte der DLNA-Client diesen Media-Server nicht finden, dann könnt ihr hier das Ganze mal runtersetzen und mal austesten. Dann haben wir hier die Sucheinstellungen. Und hier können wir einmal definieren, wie das Ganze angezeigt werden soll. Wie zum Beispiel bei Musikanzeige-Format, dass jetzt hier nur der Titel angezeigt werden soll. Bei Fotos soll noch eine zusätzliche Sortierung stattfinden mit Dateiname, Aufsteigen und so weiter. Und hier können wir jetzt zum Beispiel, wenn euer Gerät oder die Anbindung jetzt schlecht ist oder halt von extern, ihr auf die NAS darauf zugreift, könnt ihr hier auch noch den Haken setzen, dass erstmal ein Bild mit niedriger Auflösung übertragen werden soll, statt der Originalbilder, die durchaus mal größer werden sein können. Mit diesem Haken können wir uns die Covers von den Audio- und Videodateien anzeigen lassen. Das Ganze müsst ihr dann abspeichern im JPEG-Format und in diesem Namen hier. Da könnt ihr allerdings auch einen eigenen Namen definieren, das ist gar kein Problem. Videotitel mit eingebetteter Informationen anzeigen, Internetradio können wir hier nochmal aktivieren und was auch ganz nützlich ist, wie ich finde, Videostation-Datenbank in den Medien-Server integrieren. Das heißt, wir können dann hier auch weitere Informationen uns dann anzeigen lassen. Dann haben wir hier die DMA-Kompatibilität digitaler Medienadopter und hier können wir nochmal ein paar Transkodierungseinstellungen vornehmen. Zum Beispiel hier jetzt die Audio-Transkodierung, wenn zum Beispiel eure Stereo-Anlage nur bestimmte Audio-Formate wiedergeben kann, könnt ihr das Ganze hier dann aktivieren. Die Diskstation wandelt es dann im Hintergrund automatisch um. Das Laden kann dann so ein bisschen länger dauern. Bei Audio-Files ist es gar kein Problem. Bei der Videotranskodierung kann es schon mal ein bisschen dauern. Und viele Fernseher unterstützen auch diesen Dateiformat MKV nicht. Das heißt, wir können hier den Haken setzen und dann funktioniert auch die Wiedergabe der MKV-Dateien. Dann können wir hier nochmal benutzerdefinierte MIME-Typen aktivieren. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Und hier können wir das Ganze auch eingrenzen auf bestimmte Geräte. Ich kann jetzt hier mal die Geräteliste mir aufrufen und hier sehen wir dann auch die ganzen DLNA-Gerätschaften, mit der wir dann auf diesen Medienserver zugreifen können. Wenn es Probleme gibt bei der Wiedergabe von Medien, könnt ihr hier auch nochmal das Profil korrigieren. Zum Beispiel, wenn ihr eine PlayStation habt, dann könnt ihr hier das Profil dementsprechend auf PlayStation einstellen und schon weiß er Bescheid und würde dann dementsprechend die MKV-Dateien, welche die PlayStation so von Hause aus her nicht wiedergeben kann, umwandeln in das dementsprechende Format. Damit der Medienserver auch funktioniert, müssen wir den Medienserver auch verklicken, wo unsere Medien liegen, die er indexieren soll. Das können wir hier einmal über diesen Link hier oder halt über die Systemsteuerung Indexierungsdienst. Und hier können wir uns die indexierten Ordner uns anzeigen lassen und auch welche erstellen lassen. Das hier sind ja die Standardordner, die er bei der Konfiguration angelegt hat. Sprich, ihr braucht hier eigentlich nichts weitermachen. Wenn ihr jetzt aber einen neuen Ordner habt, dann müsst ihr hier erstmal über Erstellen den Ordner benennen beziehungsweise hier auch den Ordner auswählen und dann könnt ihr hier nochmal festlegen, welche Dateitypen sind hier hinterlegt. Als DLNA-Client verwende ich das Open-Source-Programm Kodi. Es ist recht ähnlich wie bei einem Smart-TV. Es kann allerdings auch ein bisschen mehr. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel Bilder, Videos, Music und das sollte eigentlich auch bei euch so aufgebaut sein. Es könnte optisch natürlich ein bisschen anders aussehen. Wenn ich jetzt hier unter Videos mal reingehe, unter Dateien, habe ich hier die Möglichkeit, Videos hinzuzufügen. Hier über Durchsuchen, über UPMP-Geräte oder DLA-Geräte oder Medien-Server, je nachdem wie es bei euch heißt. Hier ist dann die Disk-Session auch zu finden, Mimas-NAS, so habe ich das Ganze hier auch getauft. Jetzt könnte ich hier noch einen Unterpfad festlegen. Ich will ja hier Videos hinzufügen, das heißt, ich gehe in den Pfad Video rein und sage jetzt hier einfach mal OK. Bestätige das Ganze mit OK und gehe noch mal zurück in das Hauptmenü. Dann gehe ich hier noch mal auf Dateien, Mimas-NAS und dann sehe ich jetzt hier auch schon meine Videos beziehungsweise meinen Ordner. Das Wiedergeben der Medien ist jetzt hier überhaupt gar kein Problem. Auch Full-HD, sprich 1080p, läuft flüssig, genauso aber auch 4K-Medien. Das liegt allerdings an der Konstellation. Meine Performance an dem Rechner ist auf jeden Fall ausreichend dafür und deswegen kann er das auch wiedergeben. Als nächstes schauen wir uns die Cloud-Funktionalitäten von dem NAS-System etwas genauer an. Im Paketzentrum findet ihr unter Produktivität ein paar Pakete von Synology. Cloud Station Server, der ist schon bereits bei mir installiert. Mit dem könnt ihr dann eure eigene Cloud betreiben, also wie auch Dropbox, Google Co. und so weiter, halt in euren eigenen vier Wänden. Die Daten sind hier auf der NAS und ihr könnt dann mit verschiedenen Gerätschaften, mit externen Gerätschaften und so weiter, darauf zugreifen. Cloud Station Share-Sync, mit dem könnt ihr dann mehrere Cloud Station Server untereinander synchronisieren lassen. Wenn ihr jetzt mehrere NAS-Systeme habt von Synology ist das ganz praktisch, kann ich jetzt allerdings nicht testen. Dann gibt es noch Cloud Sync. Wenn ihr jetzt zum Beispiel öffentliche Cloud-Anbieter bereits verwendet, Dropbox, Google Drive, könnt ihr dann diese Daten mit eurer Cloud Station Server-Applikation synchronisieren lassen. Wir schauen uns zuallererst den Cloud Station Server an. Wir klicken hier einmal auf Öffnen. Wir bekommen hier einmal eine Übersicht und hier oben sehen wir, alles ist in Ordnung. Wir haben hier einmal einen Versionsexplorer, wo wir dann genau nachvollziehen können, wann wurde welche Datei bearbeitet und so weiter und können dann auch wiederherstellen. Ist ganz praktisch, zeige ich euch dann auch nochmal. Als nächstes installieren wir aber die Applikation für Windows. Wir klicken jetzt hier einmal auf jetzt herunterladen, Cloud Station Drive herunterladen für Windows. Wir starten auch gleich die Installation. Wir wählen hier die Sprache Deutsch aus, sagen hier einmal weiter. Natürlich stimmen wir den Lizenzbedingungen zu und danach klicken wir auf Fertigstellen. Als nächstes öffnet sich der Einrichtungsassistent und über die Weltkugel hier können wir nochmal die Sprache abändern, aber Deutsch passt soweit. Wir sagen jetzt hier Starten und dann haben wir die Möglichkeit, also wir müssen jetzt die NAS einmal angeben, das Ganze über die Quick Connect ID zu machen und das mache ich jetzt hier auch, Mimas NAS. Ihr könnt allerdings auch einen DIN-DIN-NAS-Anbieter oder halt eine IP-Adresse angeben und wenn die NAS gerade in eurem LAN ist, wie der Rechner jetzt hier auch, dann könnt ihr hier auch über das Lupen-Symbol die NAS dann suchen lassen. Ich verwende jetzt aber mal Quick Connect ID und beim Konfigurationsassistenten habe ich das ja eingerichtet und in der Systemsteuerung Quick Connect findet ihr hier auch die ID. So, dann müssen wir einmal den Benutzernamen angeben und das Passwort. SSL-Datenverschlüsselung aktivieren empfehle ich grundsätzlich. Die Daten, die dann synchronisiert werden, sind dann verschlüsselt und falls ihr einen Proxy verwendet, könnt ihr hier über den Button dann einen Proxy hinterlegen, automatisch erkennen lassen oder halt manuell. Als nächstes klicken wir hier auf Weiter, dann testet er die Verbindung. Jetzt hat der Assistent gemerkt, Moment, hier wird ein SSL-Zertifikat verwendet, welches nicht vertrauenswürdig ist. Es ist nämlich ein selbstsigniertes Zertifikat von eurer Diskstation. Das macht aber nichts. Wir können hier dennoch trotzdem fortfahren. Ihr könnt natürlich auch ein öffentlich anerkanntes Zertifikat euch kaufen und darauf installieren und so weiter. Aber für meine Zwecke reicht das vollkommen. Und wir sind hier auch schon fast fertig. Wir können jetzt hier einmal auswählen, welchen Ordner wollen wir denn auf der NAS zum Synchronisieren haben. Und hier auch an dem Windows-Rechner. Und ich wähle jetzt hier F-Cloudstation. Das ist nämlich meine private Platte. So, dann kann ich hier noch unter Erweitert ein paar Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel Dateifilter, maximale Dateigröße, welche Dateien sollen von der Synchronisation her ausgeschlossen werden. Unter Synchronisationsmodus können wir einmal die Synchronisationsrichtung bestimmen, zwei Wege-Synchronisierung oder halt nur eine Einweg-Synchronisation. Das heißt, die Daten können dann nur von dem Cloudstation-Server heruntergeladen werden, werden aber dann nicht hochgeladen bei einer Änderung, bei der Zwei-Wege-Synchronisation schon. Und in der Regel stellt man das auch ein. Dann gibt es hier auch diese erweiterte Konsistenzüberprüfung. Wir haben jetzt hier keine Änderungen vorgenommen. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal abbrechen und bestätige das Ganze hier mit fertig. Cloudstation Drive ist jetzt soweit fertig eingerichtet. Eine Verknüpfung müsste jetzt auch auf dem Desktop zu finden sein. Und im System-Tray findet ihr auch ein Icon dazu. Das seht ihr jetzt hier leider bei mir nicht. Aber wenn ich jetzt hier einfach mal draufklicke, dann seht ihr hier auch schon, okay, wir befinden uns hier auf dem neuesten Stand. Die Hauptanwendung, dann können wir hier noch mal ein paar Einstellungen vornehmen. Hier noch mal ein paar Tipps und so weiter. Wie das Ganze hier ausschaut, das könnt ihr euch gerne ja noch mal anschauen. Das mache ich jetzt hier nicht. Und wenn ich jetzt ein paar Dateien in den genannten Ordner reinkopiere, dann ändert sich das System-Tray-Icon. Und ihr seht ihr jetzt auch an den Dateien. Er ist hier gerade schwer zu Gange und so weiter. Und wenn ich jetzt hier einmal auf das Symbol hier draufklicke, dann ist die Synchronisation jetzt hier auch schon abgeschlossen. Alles ist grün. Und hier seht ihr jetzt auch, was sich kürzlich geändert hat. Und hier können wir dann auch noch mal ein paar Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel einen Freigabelink erstellen. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann dürfte sich jetzt hier auch was öffnen. und Externe können dann auf die Datei zugreifen. Ich kann jetzt hier auch noch mal ein Passwort hinterlegen und auch einen Gültigkeitszeitraum. Sowie die Anzahl zulässiger Zugriffe kann ich hier auch definieren. Dann schauen wir uns das Ganze mal auf dem Smartphone an. Ich habe jetzt hier ein iPhone und ich habe jetzt hier auch schon die DS-Cloud heruntergeladen und installiert. Und hier müssen wir dann auch einmal die Quick-Connect-ID eintragen. Das mache ich jetzt gerade. Und auch das Konto einmal angeben und das Passwort. SSL-Verschlüsselung ist aktiv und ich sage jetzt hier einfach mal Link. Jetzt wähle ich hier noch mal das Verzeichnis aus. Home ist in Ordnung. Ich sage jetzt hier weiter. Jetzt habe ich hier noch mal ein paar Optionen. Unterordner synchronisieren. Ja, das möchte ich gerne. Und maximale Dateigröße sage ich jetzt hier einfach mal 100 MB. Was soll's. Und hier können wir auch noch mal bestimmen, was synchronisiert werden soll. Bildformat, Audio und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt hier auch, also hier können wir auch die Synchronisationsrichtung bestimmen. Nur herunterladen, nur hochladen und so weiter. Aber ich lasse es jetzt so, ich sage jetzt hier fertigstellen. Und Standortabfrage mache ich jetzt nicht. Nein. So, wenn ich jetzt hier reingehe, dann müsste ich jetzt hier meine ganzen PDFs hier sehen können. Ich klicke jetzt mal hier auf Info und kann hier auch gleich alles verschieben, kopieren, umbenennen und so weiter und so fort. Auch per Mail versinden. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Hier unten haben wir auch die Möglichkeit, kürzliche Änderungen uns anzeigen zu lassen. Was wurde zuletzt geöffnet? Und hier haben wir auch noch mal die ganzen Einstellungen. Dateien können wir selbstverständlich auch hochladen über das Symbol hier oben rechts. Hier sagen wir jetzt einfach hinzufügen. Dann sagen wir hier aus Album soll jetzt mal was hinzufügen. Und dann fragt ihr natürlich, darf die Cloud, also die Applikation, auf Fotos zugreifen? Dann sage ich natürlich. So, dann sage ich hier jetzt noch mal hinzufügen. Sag hier Album. Und ich könnte jetzt hier das Foto einmal auswählen und das Ganze mit den Haken oder beziehungsweise den Haken hier einmal setzen und das Ganze mit Fertig bestätigen. Und wir haben jetzt hier die beiden Dateien, die ich jetzt hochgeladen habe. Hier am Rechner meldet sich auch die Software. Es wurde jetzt auch eine Datei hinzugefügt und hier sehe ich auch schon das Foto. Wenn ich jetzt hier einmal doppelklicke, dann wird das Ganze hier auch schon geöffnet. Dann schauen wir uns das Ganze noch mal auf der NAS an. Wir haben ja hier diesen Versions-Explorer, eine Revisionierung. Das heißt, hier sehen wir jetzt auch den Ordner und hier die einzelnen Dateien. Wir könnten jetzt hier im unteren Bereich uns einen Zeitraum auswählen oder zu einem Zeitraum springen und uns die Dateien dann wieder herstellen lassen. Wir können aber auch hier direkt über die Datei, wenn wir jetzt hier einmal rechtsklicken, frühe Versionen durchsuchen. Wir sehen hier, okay, es gibt nur eine Version. Klar, ich habe es auch nur einmal reinkopiert, nicht verändert und so weiter. Und wir könnten mit Rechtsklick auf die Datei hier kopiere, nach, wiederherstellen oder sogar herunterladen. Finde ich wirklich sehr praktisch. Und ja, auf der linken Seite haben wir hier noch Client-Liste. Da sehen wir dann die ganzen Teilnehmer, die verbunden waren, die verbunden sind gerade momentan. Und unter Protokoll sehen wir die ganzen Änderungen, was wurde jetzt hier gemacht und so weiter. Wirklich sehr praktisch. Und unter Einstellungen können wir hier noch mal ein paar Einstellungen vornehmen, was soll synchronisiert werden und so weiter und so fort. Die Applikation Cloud Station ShareSync kann ich euch leider nicht zeigen. Ich besitze ja gerade momentan nur ein NAS von Synology. Hätte ich jetzt zwei, könnte ich jetzt hier das fremde System einmal oder ja, das zweite System dann hinzufügen. Ihr könnt natürlich mehrere Systeme hinzufügen, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Abbrechen klicke, mehr kann ich euch leider gerade momentan nicht zeigen. Deswegen gehen wir jetzt auch hier gleich rüber zu CloudSync. Wir öffnen das Ganze. Ich habe mir das Ganze jetzt noch nicht angeschaut. Okay, also hier kriegen wir gleich erstmal verschiedene Anbieter präsentiert. Ich nutze Dropbox. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Weiter. Mal gucken, was passiert. Okay, es öffnet sich ein neues Fenster. Dann muss ich mich hier authentifizieren. Dann kommt natürlich die Frage, darf Synology CloudSync auf die Dateien zugreifen? Ich bestätige das Ganze. So, CloudSync requires for following permissions. Okay. Okay, das Ganze bestätigen wir. Das Ganze bestätigen wir. So, Verbindungsname können wir jetzt hier hinterlegen. Dropbox ist natürlich in Ordnung. Lokaler Fahrt können wir jetzt hier nochmal definieren. Das mache ich jetzt hier auch mal. Ich sage jetzt mal CloudStation Drive, beziehungsweise hier unter Cloud, nee, ich mache jetzt hier unter Drive einen neuen Ordner. Dropbox. Sag hier auswählen. So, Datenverschlüsselung kann ich jetzt hier auch nochmal aktivieren. Und wenn dieser Haken aktiv ist, dann werden die Daten verschlüsselt heruntergeladen. Dann gibt es hier noch Remote-Fad. Da kann ich wahrscheinlich noch den Dropbox-Ordner angeben, was synchronisiert werden soll. Ich sage jetzt einfach mal Root-Ordner, das ist in Ordnung. Und Synchronisationsrichtung bidirektional ist natürlich auch okay. Bestätige das Ganze mit okay. Verschlüsselungskennwort, okay. So, hier haben wir jetzt nochmal eine Übersicht. Erweiterte Einstellung. Mal gucken, was wir da nochmal definieren können. Okay, ein Dateifilter. Wie viele MB dürfen synchronisiert werden? Also nach Dateigröße. Und hier auch welche Dokumente. Ich lasse das jetzt einfach mal so und sage einfach übernehmen. Und dann gucke ich mal, was passiert. Okay, das ist jetzt soweit eingerichtet. Jetzt hat er auch automatisch, also mein Browser, hier eine Key.zip heruntergeladen. Mal gucken, was da drin ist. Okay, also hier sind Zertifikate drin. Also das hier ist der private Schlüssel und der öffentliche Schlüssel. Das ist also eine asymmetrische Verschlüsselung, die jetzt hier verwendet wird. Okay, das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Also den Ordner hat er erstellt. Und wenn ich jetzt hier reingehe, da sind auch die ganzen Daten von Dropbox. Somit synchronisiert er jetzt alle Daten von Dropbox in meine Cloud Station, in meine Cloud. Und es funktioniert wirklich sehr schön. Okay, hier seht ihr jetzt nochmal die ganzen Cloud-Anbieter. Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon Drive, Baidu Cloud, Box und so weiter und so fort. Azure Cloud, Google Cloud und so weiter. Auch Amazon S3 Speicher, High Drive von Strato, WebDAV, OpenStack Swift. Also sehr viele Anbieter auf jeden Fall mit dabei. Hubi 10 und so weiter und so fort. Sehr schön. Es gibt noch eine weitere Anwendung für Windows und zwar Cloud Station Backup. Und wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, dann können wir das Ganze auch herunterladen. Ich habe das bereits schon auch installiert. Hier seht ihr jetzt den Einrichtungsassistent. Wir sagen jetzt hier einmal jetzt starten. Geben hier nochmal die NAS-Daten ein. Natürlich wollen wir das Ganze wieder auch verschlüsseln. Hier könnt ihr auch wieder am Proxy definieren. Jetzt kommt natürlich die Warnung wieder. Wir sagen trotzdem hinzufügen. Fortfahren. So und jetzt können wir hier die Dateien bzw. uns Dateien aussuchen lassen. Wir wählen den Ordner aus, den er sichern soll. Dann können wir unter Datensicherungsregeln noch ein paar Regeln definieren, wie zum Beispiel die maximale Dateigröße. Und 0 heißt im Endeffekt ungeachtet der Dateigröße soll er die Daten sichern. Dann können wir hier noch ein paar Ausschlüsse definieren. Und hier ist jetzt zum Beispiel Sternchenpunkt LNK. Das heißt, alle Dateien mit der Dateiendung LNK werden jetzt nicht gesichert. Genauso auch wie Temp oder TMP. Wir können hier noch weitere hinzufügen mit Wildcard oder halt ganze Dateinamen. Und hier gibt es noch die Option, das Entfernen von Dateien auf dem Backup zu verhindern, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt an dem Ort, an den ich jetzt hier ausgewählt habe, an mein Quellsystem was lösche oder sowas, dann soll er das im Backup nicht löschen. Dann gehe ich jetzt hier mal auf Weiter. Dann kriege ich hier nochmal eine kleine Zusammenfassung, was wird gemacht und so weiter. Und klicke jetzt hier auf Fertig. Und dann sollte er jetzt auch gleich loslegen. Ach ja, hier kommt jetzt noch die Frage, möchten Sie das Ziel als Schreibgeschütz einstellen? Dann sage ich jetzt mal hier OK. Das soll er ruhig machen. Dann gibt es hier noch Einstellungen und hier könnten wir jetzt weitere Sicherungsquellen hinzufügen oder abändern, beziehungsweise auch die Datensicherungsregeln nochmal anpassen und so weiter. Dann gibt es unter Verbindung noch die Möglichkeit, eine andere NAS anzugeben, Proxieinstellungen vorzunehmen. Und unter Optionen gibt es auch nochmal ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Kommen wir zu dem Punkt Virtualisierung und Synology hat dafür auch ein Paketbereich gestellt, Virtual DSM Manager, welches ihr ganz normal über dem Paketzentrum installieren könnt. Allerdings wird es mir gar nicht erst angeboten, weil halt die DS-216 Play selbst nicht als Hypervisor betrieben werden kann. Wahrscheinlich ist die NAS einfach zu schwach dafür. Sprich, wir können hier keine virtuellen Maschinen erstellen und darauf laufen lassen. Hier seht ihr jetzt mal die ganzen Modelle, die das wiederum unterstützen. Mitunter gibt es auch welche aus der 16er Serie, wie zum Beispiel der größere Bruder 416 Play. Der kann das wiederum schon. Oder auch hier die anderen zwei Base-Systeme, 2.16 plus, 2.16 plus, die halt mehr Performance haben. Und leider kann ich diese App hier nicht testen. Allerdings ist es möglich, über den Speichermanager virtuelle Festplatten zu erstellen. Und zwar über das Protokoll iSCSI. Das sind im Endeffekt Festplatten, die über Netzwerk eingebunden werden können an externe Systeme, wie zum Beispiel Hyper-V, VMware oder an einem stinknormalen Windows-Client, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Das ist alles gar kein Problem. Und diese Festplatte können wir dann wiederum verwenden für Virtualisierungssysteme oder für irgendwelche Daten und so weiter. Und somit lässt sich dann auf der NAS so eine kleine Sun-Wolke bilden. Storage Area Network. Und dafür gibt es im Speichermanager zwei Punkte. Einmal iSCSI Loon, Logical Unit Number, wo dann die Volumes erstellt werden. Und Target, wo dann die Pfade definiert werden. Und hier können wir dann auch Einstellungen hinterlegen, ob wir uns dann auch auditifizieren müssen. Es ist allerdings so, wenn ihr jetzt bereits schon ein Volume erstellt habt auf der NAS, können wir hier über erstellen, also Loon erstellen, nur den Loon-Typ Dateiebene auswählen. Das mache ich jetzt hier einfach mal, sage hier weiter und als Name definiere ich jetzt hier mal Hyper-V. Ich möchte nämlich diese Festplatte an ein Hyper-V-System einbinden. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann auch nochmal. Fin Provisioning lasse ich jetzt mal auf Ja. Das heißt, sobald der Speicherplatz erschöpft ist, also die Kapazität erreicht ist, wird das Volume in einem schreibgeschützten Modus versetzt. Das kann allerdings zu Datenverlust führen. Ich mache jetzt hier einfach mal die Kapazität auf 50 GB und will hier die Option, der soll auch gleichzeitig ein iSCSI-Target erstellen. Bestätige das Ganze hiermit weiter. Dann müssen wir jetzt hier einmal den Namen für das Target definieren. Ich sage jetzt hier einfach mal Hyper-V Target 1. Und hier ist der iQN. Das ist letztendlich der Pfad für das iSCSI-Protokoll. Das kopieren wir uns hier einmal heraus. Und dann können wir hier noch die Option Chub aktivieren. Sprich, eine Authentifizierung können wir hier noch einrichten. Das lasse ich jetzt einfach mal weg. Bestätige das Ganze jetzt mal mit Weiter und sage hier jetzt einfach Übernehmen. Jetzt sehen wir auch hier schon im Menü selbst, wir haben hier einmal das Loon. 50 GB wird benutzt, 0 Byte und so weiter. Und wie ihr jetzt das iSCSI-Volume an einem Windows-System einbinden könnt, zeige ich euch jetzt mal unter Windows Server 2012 R2. Das könnt ihr natürlich auch genauso mit Windows 7, Windows 10 machen, Windows 8 und so weiter. Und dafür wechselt ihr zunächst über den Startbutton mit Rechtsklick in die Systemsteuerung. Und dort unter Verwaltung gibt es eine Verknüpfung, die nennt sich iSCSI-Initiator. Und wenn ihr da einmal doppelt klickt, werdet ihr aufgefordert, beziehungsweise werdet ihr gefragt, ob dieser iSCSI-Dienst automatisch ausgeführt werden soll. Das Ganze bestätigen wir jetzt hier einfach mal mit Ja, dann dauert das Ganze ein Weilchen. Und dann bekommen wir hier auch eine neue Oberfläche, wo wir jetzt hier einmal das Ziel definieren können, die Suche und so weiter. Und ich sage jetzt hier einfach mal unter Suche Port ermitteln. Und ich gebe jetzt hier einfach mal die IP-Adresse von der Diskstation an. Normalerweise müssten uns dann die iSCSI-Targets angezeigt werden. Und wenn wir dann jetzt hier einmal wieder rüber switchen auf den Reiter Ziele, dann sehen wir hier auch schon unser Volume. Und wir können es dann auch hier rüber, also einmal auswählen und verbinden, uns einbinden lassen. Dann haben wir hier nochmal verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt hier auch zum Beispiel Multifad aktivieren. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Systeme haben, die auf dasselbe Volume zugreifen müssen, können wir diesen Haken dann auch setzen. Hier und da weiter haben wir auch nochmal ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Job-Anmeldung, die wir auch auf der NAS hätten einstellen können und so weiter. Hier können wir das Ganze dann auch aktivieren und das Passwort dann auch hinterlegen und so weiter. Aber ich mache das jetzt hier einfach mal ganz schnell. Und sage jetzt hier einfach verbinden. Und hier seht ihr jetzt auch den Status. Der steht jetzt hier auf verbunden. Und ja, jetzt passiert erstmal nichts. Aber wenn wir jetzt in die Datenträgerverwaltung einmal wechseln, über das Startmenü, rechtsklick, Datenträgerverwaltung, dürfen wir jetzt hier ein neues Volume sehen. Und hier sehen wir auch schon das neue Volume. Datenträger 2, 50 GB und vom Status her steht die auf Offline. Wir könnten die jetzt hier online schalten. Allerdings möchte ich diese Festplatte in Hyper-V nutzen. Und dafür muss sie auf Offline stehen. Und wenn ich jetzt hier in den Hyper-V Manager einmal wechsle und hier über Neue mir eine neue virtuelle Maschine erstellen lasse, gibt es hier leider nicht die Möglichkeit, unter virtuelle Festplatte verbinden, mir diese physische Festplatte einbinden zu lassen. Sondern ich habe jetzt hier nur die Möglichkeit, eine neue VHDX-Datei zu erstellen oder eine bereits vorhandene VHDX-Datei einbinden zu lassen. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal virtuelle Festplatte später hinzufügen. Bestätige das Ganze. Und dann kann ich hier in der Übersicht unter Rechtsklick Einstellungen mir diese Festplatte dann einbinden. Und zwar unter IDE-Controller 0. Festplatte ist richtig. Ich sage jetzt hier hinzufügen. Und hier habe ich jetzt den Punkt physische Festplatte. Und hier seht ihr auch schon Datenträger 2, 50 GB. Und wäre sie jetzt nicht offline, dann dürfte die jetzt hier auch gar nicht angezeigt werden. Ich bestätige das Ganze OK. Und jetzt könnte ich diese Festplatte hier verwenden. Ihr könnt aber auch natürlich das Ice-Gasi-Volume direkt hier am System verwenden. Dafür müssen wir jetzt hier erstmal den Status ändern. Rechtsklick Online. Und als nächstes müssen wir den Datenträger initialisieren über Rechtsklick Datenträger Initialisierung. Und als nächstes können wir hier den Partitionsstil auswählen. MBR oder GPT. MBR ist hier natürlich vollkommen ausreichend. Wenn ihr jetzt allerdings ein Volume habt, was größer ist wie 2 TB, dann müsst ihr GPT auswählen. In meinem Fall MBR ist vollkommen in Ordnung. Ich sage jetzt hier OK. Und jetzt kann ich hier in dem schwarzen Bereich über Rechtsklick ein einfaches Volume erstellen. Bestätige das Ganze hier mit OK, weiter und so weiter und so fort. Volume könnt ihr hier noch einen Namen definieren. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so. Und wenn ich dann jetzt, ja, ihr braucht jetzt hier ein Weilchen, um das Ganze hier zu formatieren, weil das Ganze funktioniert ja über Netzwerk. Und wenn die Formatierung abgeschlossen ist, können wir dann ganz normal über den Dateiexplorer auf das Volume E zugreifen und darauf Sachen kopieren. Ich habe jetzt hier eine 4 GB große ISO-Datei auf dem Desktop abgelegt und ich kopiere sie hier mal auf das neue Laufwerk E. Und dann sehen wir auch schon die Geschwindigkeit. Und 180, 170 MB pro Sekunde. Und jetzt geht er einmal hoch. Das ist jetzt der Schreibcache. Also bitte nicht wundern. Das ist schon sehr ordentlich. Und jetzt pendelt er sich wieder ein. 170, 180 MB pro Sekunde. Und das ist wirklich sehr, sehr schnell. Die Diskstation ist nicht nur ein stupider File-Server, nein, sondern auch ein richtiges Multitalent durch das Betriebssystem und durch die Pakete, die ihr nachträglich auch installieren könnt. Somit könnt ihr die NAS nicht nur als File-Server betreiben, sondern auch als Medien-Server, Print-Server, Backup-Server und vieles, vieles mehr. Die Diskstation besitzt auch einen 1 GB Netzwerkanschluss auf der Rückseite. Optional könnt ihr die NAS auch mit einem WLAN-Dongle betreiben. Allerdings empfehle ich das Ganze doch über das Netzwerkkabel anzuschließen, weil wir durch die ganzen Komponenten eventuell eine höhere Bandbreite haben als über WLAN. Daher die Empfehlung Netzwerkkabel. Die NAS gibt es in der Serie in zwei Varianten. Einmal 2-Bay und einmal 4-Bay. Und in der 2-Bay könnt ihr zwei Festplatten installieren und verschiedene RAID-Verbunde damit betreiben. Für Ausfallsicherheit gibt es RAID 1 und das Synology Hybrid RAID, abgekürzt SHR, oder halt für Performance und maximale Kapazität JBOD oder RAID 0. Bei dem größeren Bruder DS416 Play können bis zu vier Festplatten eingebaut werden. Somit unterstützt ihr noch weitere RAID-Verbunde mitunter RAID 5, RAID 6 und RAID 10. Und da habe ich noch was vergessen? Nö. Die Installation ist wirklich sehr easy. Die NAS anschließen und im Browser müsst ihr die URL findsanology.com aufrufen. Danach öffnet sich der Einrichtungsassistent und ihr könnt die NAS nach Belieben konfigurieren. Danach könnt ihr alles mögliche auf den NAS einstellen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und ich werde in einem separaten Video vielleicht nochmal auf die ein oder anderen Punkte eingehen. Falls euch was interessiert, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Einige möchten ihre NAS auch zusätzlich zur Pfeilablage auch als Medienserver verwenden, so dass sie halt die Medieninhalte auf verschiedenen Gerätschaften im Netzwerk einfach wiedergeben können. Und die Synology Disk Station bietet das natürlich auch ebenfalls. Und obendrauf gibt es auch eine 4K-Transkodierungsmöglichkeit, mit der zum Beispiel 4K-Videos auf Full-HD in Echtzeit konvertiert werden, um das Video auf nicht 4K-fähige Gerätschaften wie Tablets oder Smartphones abspielen zu können. Allerdings funktioniert das Ganze nicht über DLNA, sondern über Browser bzw. über die Smartphone-Apps von Synology. Über DLNA werden die Medieninhalte umbearbeitet zu den DLNA-Clients, Playstation oder Smart TV übertragen. Das heißt, welche Videoformate bzw. Typen wiedergegeben werden können, ist vom Gerät abhängig. Über das Paketzentrum lassen sich auch verschiedene Medienserver installieren, wie zum Beispiel den beliebten Plex Media Server, mit der es dann sogar möglich ist, weitere Informationen anzeigen zu lassen. Zusätzlich können über die NAS 15 IP-Kameras gesteuert werden. In Verbindung mit der NAS könnt ihr dann das Videomaterial direkt darauf speichern. Selbstverständlich kann die NAS auch als File-Server genutzt werden und über die Web-Oberfläche könnt ihr dementsprechend Ordner und Berechtigungen erteilen. Zum Beispiel jedes Familienmitglied bekommt einen eigenen Ordner, worauf er nur Zugriff hat. Für die Kompatibilität unterstützt die Diskstation verschiedene Dateidienste, wie zum Beispiel Microsoft, SMB-Protokoll, MAC-Dienste, NFS, FTP, TFTP und R-Sync. Der Datendurchsatz liegt beim Schreiben und Lesen zwischen 80 und 100 MB und das geht auf jeden Fall in Ordnung. In meinen Tests habe ich die NAS direkt an meiner Fritzbox angeschlossen, welche auch 1 Gigabit unterstützt. Allerdings empfehle ich für eine bessere Performance einen Switch dazwischen zu klemmen. Somit könnt ihr dann nochmal ein paar MB pro Sekunde rausholen. Der große Bruder DS416 hat sogar zwei Netzwerkanschlüsse, wodurch Load Balancing möglich ist. Somit werden dann die Daten gleichzeitig von beiden Netzwerkschnittstellen bearbeitet. Das heißt, wir haben hier mehr Bandbreite. Was auch ziemlich gut ist, sobald die NAS nicht mehr beansprucht wird, fahren die Festplatten automatisch runter nach einer gewissen Zeit bzw. die NAS wechselt zu einem Ruhezustand und somit können wir dann auch Strom sparen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann kommen wir auch schon zu meinem Fazit und ich liebe diesen Alleskönner. Und was mich auf jeden Fall überzeugt hat, ist der Datendurchsatz mit 80, 90 MB bzw. 100 MB pro Sekunde. Und das ist wirklich sehr, sehr schnell. Ich hatte schon NAS-Systeme, die wesentlich beschissener waren. Da war so das Ganze so bei 10, 15 MB pro Sekunde und es hat dann wirklich genervt, bis die Datei mal auf der NAS war und so weiter. Und was ich auch ziemlich geil finde, ist, dass wir hier diese Vielfältigkeit haben durch die ganzen Apps, durch die ganzen Pakete, dass wir die NAS nicht nur als stupiden File-Server verwenden können und Medien-Server, sondern auch als Web-Server oder halt als FTP-Server und auch als Cloud-Station. Cloud habe ich auch soweit getestet und es funktioniert wirklich einwandfrei, die Synchronisation tip-top auf jeden Fall. Und ich werde auch von den ganzen öffentlichen Cloud-Anbietern weggehen, also von Dropbox und Google Drive und so weiter, wo man ja die Daten so ein bisschen außer Hand gibt und so. Und deswegen finde ich die Synology, also die Cloud-Station-Lösung eigentlich bestens dafür geeignet. Und was die Ausfallsicherheit betrifft, bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Ich habe das Ganze mit SHR-RAID getestet und auch RAID 1 jeweils eine Platte gezogen und die Daten gingen nicht verloren. Ich empfehle dennoch, die wichtigsten Daten auf mehrere Festplatten und verschiedenen Geräten zu kopieren, einfach zur Sicherheit. Aber das Ganze funktioniert ja wirklich auch einwandfrei. Daher kann ich nach bestem Gewissen und Gewissen auch wirklich die NAS weiterempfehlen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da und ja, wir sehen uns, haut rein, bis dann, ciao! Bis zum nächsten Mal!